Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du deine Lieblingsmusik direkt auf deine Garmin Sportuhr laden kannst. Wenn du das Ganze also nicht über Spotify und generell nicht über Smartphone machen willst, dann zeige ich dir hier, wie du Playlists und individuelle Songs auch direkt über den Computer auf die Uhr übertragen kannst. Lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden und direkt starten. Ich zeige dir das Ganze jetzt auf meinem Windows-Computer, es müsste aber genauso auch auf meinem Apple-Gerät funktionieren. Aber da ich nur einen Windows-Laptop habe, kann ich es dir erstmal nur so zeigen. Um Musik auf deine Garmin Sportuhr zu übertragen, benötigst du zunächst einmal den Windows Media Player. Keine Sorge wegen dem Windows im Namen, es gibt auch eine Version für den Mac. Diese habe ich jetzt wie gesagt zwar nicht selber ausprobiert und bin mir da ja auch nicht ganz sicher, wie es dort funktioniert, doch eigentlich müsste das sehr ähnlich sein. Auf den meisten Windows-Geräten ist der Media Player bereits vorinstalliert. Also suche in deiner Toolbar einfach mal nach der Software. Wenn du sie nicht gefunden hast, dann hinterlasse ich dir in der Videobeschreibung auch nochmal einen Link zur Microsoft-Seite, wo du dann den Windows Media Player findest und herunterladen kannst. Neben dem Windows Media Player brauchst du auch noch die Software Garmin Express. Die ist dir erlaubt, die Uhr mit deinem Computer zu verbinden und Daten zu übertragen. Und auch hier gibt es neben der Windows-Version auch die Mac-Variante. Beide Software-Tools sind übrigens komplett kostenlos. Wenn du die beiden Apps auf dem Computer installiert hast, dann kann es losgehen. Öffne zunächst einmal den Windows Media Player. Ich suche dafür jetzt hier in meiner Toolbar Windows und da kommt es auch schon. Der Media Player erkennt dann erstmal automatisch die Lieder auf deinem Computer. Allerdings nicht alle, sondern zunächst einmal nur die, die du im Ordner Musik gespeichert hast. Wenn du allerdings Songs, Podcasts und mehr separat in eigenen Ordnern speicherst, dann musst du das dem Windows Media Player mitteilen. Gehe dafür hier mit einem Rechtsklick auf Musik und klicke dann auf Musikbibliothek verwalten. So, jetzt siehst du hier Erfassung von Inhalten in dieser Bibliothek. Und hier werden jetzt erstmal nur die Songs aus dem Standardspeicherort Musik erfasst. Jetzt können wir hier aber nochmal auf Hinzufügen drücken und dann weitere Ordner hinzufügen. Ich habe mir jetzt mal eine Playlist für das Laufen erstellt und füge diese nun zum Windows Media Player hinzu. Wähle dafür einfach den entsprechenden Ordner aus und klicke hier auf Ordner aufnehmen. So, jetzt haben wir dem Windows Media Player quasi mitgeteilt, auf welche Musikspeicherorte er alles zugreifen soll. Jetzt musst du nur noch eine Playlist erstellen. Gehe dafür einfach hier oben auf Wiedergabelisten und wie du siehst, sind jetzt hier noch keine Wiedergabelisten in der Bibliothek vorhanden. Um das zu ändern, klickst du hier oben einfach auf Wiedergabeliste erstellen. Dann musst du die Playlist jetzt erst einmal benennen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Lauf-Playlist. So, jetzt gehst du hier zurück zu deiner Musik und da hast du jetzt alle Songs aus dem Ordner, den du vorhin ausgewählt hast. Die Songs oder Audiodateien, die du in die neu erstellte Playlist aufnehmen willst, kannst du nun ganz einfach per Drag & Drop in die Wiedergabeliste ziehen. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Du nimmst einfach hier diesen Song und ziehst ihn rüber in die Playlist. Du kannst übrigens auch einfach mehrere Songs auf einmal rüberziehen. Halte dafür einfach die Steuerungstaste gedrückt. So kannst du dann mehrere Songs auswählen. Diese kannst du dann auch wieder in die Playlist deiner Wahl einfach herüberziehen. Wenn du aus Versehen einen Song aufgenommen hast, den du doch nicht haben willst, dann machst du einfach einen Rechtsklick auf das Lied und klickst auf Aus Liste entfernen. So, jetzt hast du schon mal Playlists beim Media Player erstellt. Als nächstes musst du nun die Garmin Express Software downloaden und öffnen. Den Link zur offiziellen Garmin Website, wo du die Software herunterladen kannst, habe ich dir ebenfalls in die Videobeschreibung gepackt. Du kannst dich bei Garmin Express dann ganz normal mit deinen Garmin Anmeldedaten einloggen. Also einfach die gleichen Anmeldedaten, die du auch bei der Smartphone-App verwendest. Wenn du die Smartphone-App noch nicht nutzt, kannst du auch einfach einen neuen Account anlegen. Wenn du Garmin Express dann das erste Mal öffnest, wirst du direkt gefragt, ein neues Gerät hinzuzufügen. Verbinde deine Uhr einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit deinem Computer und dann sollte dieser die Uhr auch bereits automatisch erkennen. Wie du siehst, steht hier bei mir jetzt auch schon, es wurde ein neues Gerät gefunden und so weiter. Also klicke ich jetzt einfach nur noch auf Gerät hinzufügen, um das Gerät dann auch mit der Garmin Express App zu verbinden. Dann such die Software nochmal nach der verbundenen Uhr. Das geht meistens ganz schnell und dann steht hier auch schon, Vivoactive 4 wurde gefunden. So, dann klicke ich hier jetzt nochmal schnell auf Gerät hinzufügen, werde dann nochmal aufgefordert, mich mit meinem Garmin Account anzumelden. Wenn du noch keinen hast, kannst du wie gesagt in wenigen Sekunden und natürlich auch völlig kostenlos einen Garmin Account anlegen. Ansonsten, wie gesagt, einfach mit den gleichen Daten wie auch in der Smartphone-App einloggen. Dann bist du hier auch schon im Dashboard der Garmin Express App angekommen. Das ist hier, wie ich finde, sehr, sehr übersichtlich gestaltet, sodass man hier wirklich sich schnell zurechtfindet. Wir wollen hier jetzt Musik auf die Uhr laden und deshalb klicken wir unten natürlich auf den Punkt Musik. Dann öffnet sich auf der linken Seite so ein Menü, welches nochmal in zwei Bereiche unterteilt ist. Zum einen haben wir hier oben den Bereich Meine Musik. Hier finden wir alle unsere Musik-Playlists, die wir eben mit dem Windows Media Player erstellt haben. Wie du siehst, ist jetzt hier auch meine Lauf-Playlist zu finden. Das sind jetzt aber erstmal nur die Songs- und Audiodateien auf unserem Computer. Im unteren Abschnitt des Menüs findest du deshalb die Musik auf deiner Uhr. Hier steht da jetzt Vivoactive 4 und wenn wir hier jetzt mal auf Playlisten drücken, dann sehen wir, dass dieser Ordner aktuell noch leer ist, da wir noch keine Musik auf die Uhr übertragen haben. Um das zu ändern, musst du hier wieder oben auf deine Musik gehen, zu den Playlisten und dann einfach die Playlisten auswählen, die du auf die Uhr übertragen willst und dann klickst du hier unten einfach auf An Gerät senden. Wenn das Ganze fertig geladen ist, kannst du unten bei deiner Garmin Sportuhr auch nochmal auf die Playlisten gehen und dann sollte die soeben übertragene Playlist auch schon zu sehen sein. Hier bei mir siehst du jetzt deshalb auch die Lauf-Playlist. Diese habe ich jetzt von meinem Computer auf meine Garmin Vivoactive 4 übertragen. Unter dem Menüpunkt Titel sehen wir dann auch nochmal die einzelnen Songs dieser Playlist. So, das war es dann im Prinzip auch schon. Die Musik sollte nun auf deiner Garmin Uhr zu finden sein. Ich zeige dir jetzt mal anhand meiner Vivoactive 4, wie genau du diese Musik findest. Im Grunde genommen klappt das so oder so ähnlich auch bei anderen Garmin Uhren wie der Forerunner oder den Modellen der Phoenix Reihe. Also, ich klicke hier jetzt einfach mal auf den unteren Knopf am rechten Gehäuserand beziehungsweise ich halte diesen für ein bis zwei Sekunden gedrückt. Dann öffnet sich so ein kleines Menü und wenn du hier runterscrollst, dann siehst du so ein kleines Einstellungs-Icon. Wenn du dort drauf klickst, kommst du ins Einstellungsmenü und wenn du dort wieder runterscrollst, dann kommst du irgendwann zum Punkt Musik. Wie gesagt, bei anderen Garmin Uhren, die einen Musikspeicher haben, musst du auch einfach nur ins Einstellungsmenü und dann auf den Punkt Musik. Hier kannst du nun zum Beispiel deine Kopfhörer verbinden oder eben auch auswählen, auf welche Musik die Uhr zugreifen soll. Klicke dafür auf Musikanbieter und jetzt kannst du neben Spotify, Deezer und Co. auch deine eigene Musik auswählen. Also hier auf meine Musik und dann findest du auch schon die von dir über den Computer hinzugefügte Musik. In meinem Fall ist das ja jetzt diese Lauf-Playlist. Hier kannst du nun ganz einfach die einzelnen Songs der Playlists auswählen und schon werden sie abgespielt. Du musst jetzt nur noch Bluetooth-Kopfhörer verbinden und schon kannst du deine Lieblingsmusik direkt über die Garmin Sportuhr ansteuern. Alles klar, jetzt weißt du, wie du auch ohne einen Spotify-Account und ohne dein Smartphone Musik auf deine Garmin Sportuhr übertragen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du in Zukunft weitere von diesen Tutorials oder auch ganze Testberichte zu Sport- und Fitnessprodukten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, darüber würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast und bis zum nächsten Mal.